Hier hat für mich alles angefangen. Und am Sonntag, 3. Juli, bin ich endlich wieder zurück auf den kleinen Almend. Am grossen Fussball-Sommerfest, wo wir mit dem Schweizerischen Kinderspitex-Verein auf den Bein gestellt haben. Ich höre schon die Zuschauenden auf der Tribüne, die Kids und die Fussballlegenden wie Diego Benaglio oder dem Nazi-Trainer Muri Akin zujubeln. Oder auch den Musikern auf der grossen Bühne. Mhhh, ich rieche schon das Essen am Street-Food-Festival, das dann da vorne aufgebaut wird. Und ich sehe schon, wie Kinder und Erwachsenen Spass haben bei all diesen Attraktionen und Spielen rund um den Fussball. Am Sonntag, 3. Juli, laden euch und der Schweizerische Kinderspitex-Verein, euch alle hierher zu kommen auf die kleinen Mänte im Frauenfeld. Warum? Es findet grosse Fussball-Sommerfest statt. Und es gibt ein Riesenspektakel. Ich freue mich auf euch und es gibt bestimmt auch etwas für dich.